Moin Moin ihr Lieben, willkommen zurück zu Formel 1, heute mit dem großen Preis von Österreich. Wir sind unter wenigstens auf dem Red Bull Ring. Und auf P20 nach Kurve 1, das ist natürlich noch nicht so lucky, noch nicht so gut. Oh hey. Oh. Wird schon irgendwie, spätestens im Rennen. Ah, aber was machen die denn auch im Quali, ey? Die sind einfach viel zu schnell. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass ich in den F21-18 auch die Karriere irgendwie in 5 Stufen im Quali runterdrehe, oder? Weiß gar nicht, ob das mal Thema hier war, aber... Ja. Bringt halt so nix, ne? Ey. Was labert der Typ? P13 ist doch gut. Ja, also... Das war doch... Das war doch ein gutes Quali, hä? Was beschwert sich, dieser Date Gaming, überhaupt? Hä? Verstehe ich gar nicht. So. Alter, auf P1... What? Die ersten zwei sind dieselbe Zeit gefahren, die Dudes auf 3 und 4 auch, die Finn. Läuft. Und wir haben, äh... Die exakt gleiche Zeit wie... Äh, nee, wir sind ein bisschen vor Fernando. Krass. Nice. Äh, ja. Sollte alles passen. Klar. Äh, nö, ich brauche kein Training anscheinend. Mein Training ist, äh, dass ich gerade eben Paul Ricard gefahren bin. 50% Renndistanz und so. Also das hat schon gut gepasst, klar. Alles gut. So. Äh, ich wollte mich nur nochmal selbst vergewissern, ob ich auf 110 unterwegs bin. Läuft. Ich bin sogar ein bisschen mit dem Flügel runtergegangen auf 3,7. Damit ich hier möglichst, äh, noch, äh, wenig Top Speed Defizit habe. Mercedes knapp vor Ferrari. Porsche India knapp vor McLaren. 1100 Punkte. Heißt für mich. Upgrades. Bond-Uptrieb. Uptrieb, genau. Abtrieb. Und was haben wir hier? Gewichtsreduktion. Abfahrt. Machen wir beides. Und, äh... Ja, Punkte-Technik. 65 bei uns. Genau wie bei Bottas. 70 als Team. Und, äh, 12 Punkte Vorsprung zu Haas. 26 zu Renault. 27 zu Force India. Zu Red Bull brauchen wir den Abstand nicht unbedingt zu erörtern. Ich glaube, da bleiben wir eh dahinter. Aber. Bis jetzt läuft die Saison ganz gut. Also es wäre ganz schön, zumindest P4 hinter den Top 3. Hinter den großen Dreien, äh, da nach Hause zu holen. Mh. Ja, gehen wir mal auf so... Doch, 39. Und, 54 Kilo. Na, der innere Monk ist happy. Beides endet mit einer Null. Rein ins Rennen, Leute. Wir klären mit gutem Start. Kann sein, dass ich darüber gelenkt bin. Mein Fehler. Egal. Rewinden wir. Dafür gebe ich die beiden Positionen auf. Wir haben es ja beim letzten Mal, Alter, als Thema gehabt. Da habe ich sehr viel darüber erörtert. Wir sind hier ja nicht in einem E-Sport-Format, sondern wir sind in einem Entertainment-Format. Und ich glaube, es fühlt sich niemand entertaint, wenn ich nach Runde 1 auf dem letzten Platz bin. Und jetzt quasi auf Soft wechseln und durchfahre und niemanden mehr vernünftig angreifen kann. Ja, wer das möchte, tut mir leid, aber ich erachte das jetzt sicher zerstrebenswert. Sebastian Vettel ganz vorn. Vorne Mercedes. Dahinter hat sich ein Red Bull zwischen die beiden Merks und die beiden Ferraris geschlichen. Aktuell Ferrari, Mercedes, Red Bull. Mercedes, Ferrari, Red Bull. Achso. Oh, hey, hey, how much time? Warum hat da jetzt DRS? Die Zone fängt doch quasi vor der Ziellinie an, womit in der Runde an der Stelle noch kein DRS freigegeben sein dürfte, weil das auch in Runde 2 war. Komisch. Sind gut dran an Schale, Claire. Noch bin ich im Renntrim gar nicht so stark unterwegs, wie ich es erwartet hätte, ehrlich gesagt. Hm, Schale, Claire ohne DRS. Ah, habe ich vielleicht jetzt auch nicht für die nächste Gerade. Magnussen mit Ultrasoft-Reifen unterwegs, genau wie Grosjean, glaube ich. Oh, ganz vorne die beiden Vettel und der Mercedes, die fighten da richtig. Seht ihr das? Ja, ihr seht das sogar ein bisschen. Wenn ich mich recht entsinne, konnte man hier auf dem Red Bull Ring früher immer eine Supersoft-Ultrasoft fahren auch. Oh. 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 Die Attacke von Magnussen gegen Grosjean. Oh, Grosjean mit Supersofts unterwegs. Interessant. Gesplitterte Strategien bei Haas. Ja, ich glaube, ich bleibe da einfach erstmal dahinter. Okay, Magnus ist schon durch. Ja, für den Fall, dass sie hier in die Kurve 4 hinein noch gefaltet hätten, wäre dahinter bleiben die beste Option gewesen. So hat es mir jetzt auch nicht geschadet. Also, beziehungsweise hier ERS und so runterdrehen. So hat es mir jetzt auch nicht geschadet. Dann kann ich die Ressourcen ein bisschen später nutzen. Und Charles Leclerc jetzt ohne DRS. Leider heißt es auch, dass Fernando Alonso so ein bisschen den DRS-Trail aus den Augen verlieren wird. Nicht so gut. Jetzt greift Grosjean wieder Magnussen an. Jetzt kann Magnussen wiederum an Grosjean wieder rankommen. Und die Top Ten ziehen gerade leider davon. Ich hoffe, dass da alle auf Ultrasoft sind und vielleicht eine Zwochstopp fahren. Wir gucken mal gleich auf den Reifenabrieb. Wir haben sechs Runden gleich absolviert. Aber das ist ein bisschen mehr als drei Prozent pro Runde. Vielleicht drei, ein halb Prozent, was unsere Reifen draufkriegen. Das heißt, theoretisch könnte ich so 20 Runden etwa drehen. Ein bisschen mehr vielleicht. 21, 22 Runden, dann wird es natürlich ein bisschen eng mit den Reifen. Weil die dann bei 70 Prozent ungefähr sind, aber... Das sind ziemlich genau dreieinhalb Prozent tatsächlich. Also 21 Runden wären drin. 21 und 15 Runden wäre eine Möglichkeit. So, Magnussen kann ruhig vorne bleiben. Ich will das jetzt überholen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das jetzt mit dem Reifenabrieb. Alter, wir sind super schnell weg. Eine 1, 8, 6. Wow. Drei Sekunden zu Grosjean. 25 Prozent jetzt auf den Reifen. Ja. 20 und 16 Runden wären machbar. Muss aber nicht. 21 und 15 wären noch möglich. Ich habe halt Sorge, dass die Ultrasofts dann nochmal deutlich stärker abbauen. Warum nicht eigentlich mal ein Safety Car? Wenn jetzt ein Safety Car rauskäme, würde ich wahrscheinlich Ultrasoft, Ultrasoft fahren. Muss sofort an die Box gehen. Versuche Olis mitnehmen. Oder einfach auf Soft wechseln und komplett durchfahren. Wäre auch eine Möglichkeit. 28 Prozent nach 8 Runden. Ich komme näher. Dann haben wir in der Zwischenzeit an Charles Leclerc vorbei. Und weiter vorne. Führen ein Ferrari und ein Mercedes diese Gruppe hier an. Überraschenderweise sind die gar nicht mehr so schnell. Weil sie kommen jetzt auch gerade hier ran. Also alle Fahrer bis P3 sind gerade in der Gruppe vor uns. Und wir sind bald Teil der Gruppe. Komm in die Gruppe! McLaren fahren! Geil! McLaren in der realen Formel 1 aktuell aber... Ja, hart am Kriseln. Da geht ja überhaupt nichts derzeit. Wir sind ja wirklich, wirklich... weit hinter dem, was... ja, wahrscheinlich sie selbst erwartet haben und... was man von außen von ihnen erwartet hätte. Oh, der Mercedes verliert jetzt sehr, sehr viele... Positionen. Ich glaube, da zerfasert sich auch gerade alles. Der Ferrari zieht davon. Die Red Bull sind vorbei. Der Force India ist bald durch. Und wir sind dran. Direkt hinter Esteban Ocon. Wir werden gleich 10 Runden beendet haben. Nach den 10 Runden wissen wir genau Bescheid... wie der durchschnittliche Reifenabrieb so ist. Anders gesagt, wir können es sehr leicht hochrechnen anhand der... 10 Runden. Packen wir einfach in den Komma zwischen den 2 Zahlen. Ja, 3,5%. Also schon ziemlich genau. Heißt für mich tatsächlich 21 Runden auf dem Super Soft... wenn ich es wirklich... später mit den Ultrasofts nochmal probieren möchte. Jetzt hat die Frage, wie kann man das... eventuell ein bisschen... drosseln, den Reifenabrieb. Jeff meint auf Mischung 2 oder 3 umstellen. Ich glaube nicht, dass das helfen wird. Ich habe kein... Ich habe kein DRS. Katastrophe. Boah ey. Was für einen Gripvorteil ich hier habe. Ich weiß gar nicht, ob ich hier wirklich auf die Lilan Reifen will. Weil die scheinen echt schlecht zu sein hier gerade. Ja, die können hier überall DRS nutzen. Ich halt nicht. Ich probiere es mal. Ich werde es mal riskieren. Supersoft, Ultrasoft. Ich werde es mal riskieren. das ist so slow alter mich würde sich wundern wenn spot hast du so würde ich ihn dann nach dem rennen wieder in der wm punktetechnisch auch auf distanz kriege irgendwie das gefühl sind das 60 bilder pro sekunde eine aufnahme es ist so krass also 60 bilder pro sekunde habe sich vorher für mich so komplett flüssig angefühlt und mit dabei habe ich das gefühl seien es mit zu 120 oder gar zu 140 spiele ganz andere welt ganz anderes universum aber du merkst es halt erst wenn du wieder auf 60 bilder pro sekunde zurück gehst da gehen manche leute rein lasst mal grosjean okonne jetzt angreifen hat er eh kein drs jetzt mehr oder keinen windschatten ich habe aber auch kein drs tschüss so der renault vor mir geht jetzt auch an die box kabel anlass 1 mit den ginn so das ist b1 die leute fahren auf soft reifen weiter also alle ultra soft starter sind tatsächlich auch auf eine einstopp strategie unterwegs gut zu wissen 50 prozent auf den reifen nach 14 runden das heißt wir kriegen auf jeden fall die 21 runden zusammen nur die frage ist natürlich zu welchem preis ja sollte hamilton hier bald vorbeikommen dann ist hoffentlich unser drs schon wieder repariert und dann kann man hoffentlich uns schön mitziehen lassen weil hamilton als zug fährt würde mir echt gut gefallen wenn der mir hier windschatten spenden kann ich da mithalten kann also zehn runden mit hamilton mithalten ja wobei es sind ja keine zehn runden mehr das sind fünf runden sechs runden fünf runden mit hamilton mithalten weil wahrscheinlich etwa anderthalb zwei sekunden schnellerer pace als ich hinbekommen könnte aus eigener kraft ohne windschatten ohne ds ohne alles das wäre ja insane da würde ich halt sieben acht sekunden strategischer natur sofort gewinnen vorsicht den wurstkopf überfahren nicht gut ja aber das ding ist einerseits wäre der erste mann bei dem ich mich dran hälften könnte sebastian vettel und andererseits bis der vorbei ist sind es nicht mal mehr fünf runden gleich mal abwarten und außerdem habe ich gerade kein ds das ist halt so frustrierend gerade ehrlich gesagt kein ds zu haben da wäre es vielleicht so oder so jetzt schlauer weil ich werde eh hinter ja volks india, renault oder so rauskommen dann ist es eh vielleicht schlauer ein bisschen reifendelta aufzubauen und vielleicht können wir mit den schnelleren reifen durch der gegenraten kannst du gerne durchsep aber hamilton kommt noch nicht so wirklich viel näher ne also so diese drei sekunden die er als rückstand hatte der ist wahrscheinlich immer noch ja bei 1,5 fast also wenn es sep nicht der erste gewesen wäre der mich jetzt quasi kriegt weil ich wusste ja nicht wo er wieder rauskommen wird nach dem boxstop wenn es wirklich hamilton gewesen wäre mit dem ich ja anfangs kalkuliert habe dann wären es vielleicht dann wären es jetzt maximal vier runden die er mich hätte ziehen können jetzt sind sie sogar 1,4 sekunden abstand also in dem sektor habe ich allein durch windschatten nicht mal durch ds nur durch windschatten von äh vettel habe ich äh hamilton noch weiter auf distanz halten können wait alonso geht jetzt schon hat er denn für eine strategie wäre dann unser supersoft ultrasoft nee das kann nicht sein aber das ist supersoft einfach sehr lang gefahren okay das könnte sein also supersoft soft schätze ich mal mit dem sehr langen stint auf den roten Reifen oh ds ist da jawoll ich würde behaupten mit ds können wir hier durchaus willkommen bei f2118 es ärgert mich manchmal wirklich ein bisschen ne dann machen wir es halt so zieh vorbei mach tu was du nicht lassen kannst übrigens wird das eine noch das andere wird das brake checken noch das äh hinten drauf fahren ist aggressiv das ist nicht die KI ist aggressiver die ist einfach nur dumm also wirklich das ist wenn du gegen ne tür läufst bist du auch nicht aggressiv du bist einfach nur dumm so sorry wenn du vollgas gegen ne tür rennst und zumindest ist die aktion ne tür unnötig laut zuzuschmettern auch doof was für mich jetzt in der analogie die ein bisschen der brake check wäre schade ich komme nicht mit ich komme da nicht schnell genug mit oder oder alter 1 8 5 ey immerhin so ne halbe sekunde bin ich grad schon schneller als vorher glaube ich das plus das was ich natürlich dann auf dem ultra soft noch mal schneller sein kann könnte das durchaus so ein paar sekündchen hier und da bringen ist dann definitiv nicht die 7 8 sekunden für die soft super soft reifen die ich mir ausgerechnet hatte ein bisschen was kriege ich hier auf jeden fall schon raus 7 8 sekunden nur für die roten reifen wäre natürlich zu hart für ein paar runden die karre schwimmt aber auch die zeit ist jetzt nicht schlecht gewesen 184 geht auch klar ja die beiden red bull oh mein gott ich muss enorm aufs heck aufpassen die beiden red bull sind schon nah dran an reikünnen sogar der renault und der force india da hinten die sind vorbei an borders der ohnehin gerade einfach ultimativ langsam ist so auf jeff ist es okay oh mein gott 75 prozent ouch 78 prozent ach du schreck alter das war am ende echt unangenehm das war wirklich sehr sehr unangenehm 15 runden auf diesem reifen heißt 5 prozent pro runde darf ich haben ja schaut euch das mal an vor sainz und vor peres und vor botters folglich auch vor konn und nico ülkenberg acht eine halbe sekunde hinter verstappen ja dann versuchen wir da möglichst nah ran zu kommen mal an max verstappen ich versuche mal insbesondere bei mir ist nicht zu viel zu benutzen benutzen oha nur drei prozent vor allem wenn der reifen rechts oder wenn die reifen rechts mehr beansprucht sind als die links verwirrung drei prozent vier prozent okay das ist noch in ordnung alles gut 8,1 zu verstappen ob botters zieht jetzt das tempo an der hat gemerkt oh je mini Davegaming könnte mich hier kriegen what is passiering ja die ultrasofts sind auf jeden Fall pace technisch nochmal ein kleiner markup zu dem was wir mit den Dings gehabt hätten vergleich zu den gelb markierten soft könnt mir vorstellen dass ich gerade das schnellste auto im feld bin alter 1,3 sekunden im letzten sektor so viel mehr zeit raus geholt 1,6 schneller gewesen als verstappen also allein um ein bisschen hoffnung zu schöpfen hat sich das schon mal gelohnt wir holen hier gerade mächtig pace raus vielleicht lohnt sich sogar eine 2 stop strategie mit diesen reifen dann wenn die pace tatsächlich nicht zu stark abbauen neun prozent also es geht sogar noch vier prozent abrieb pro runde sind das halt mit den 15 runden wären wir bei 60 prozent am ende das sollte machbar sein wenn ich halt nochmal ein 50 prozent rennen hier fahre in österreich in der 2918 sollte ich mir vielleicht merken runde 20 weil die Ultrasofts bauen nur geringfügig schlechter äh geringfügig mehr ab wir sind halt bei dreieinhalb und jetzt gerade vier prozent reifen abrieb dreieinhalb war es bei den roten und bonjour raus das war meine runden seitdem was ist Verstappen gefahren also ich bin eine 7.3 gefahren ok mehr als fünf sekunden pro sekunden pro runde fahren wir zurück fahren wir zurück 183 wir haben eine sekunde wieder aufgeholt cool 183 ist auf jeden fall schon mal eine ganz gute vorgabe damit ich weiß wohin die pace grob hin muss wenn ich Verstappen noch einen holen will 176 kann man machen aber wieder 17 etwa gut gemacht zweihundertstel oscoba 1 rausgeholt sehr schön das war nicht gut ich habe es so oft verschaltet ich habe es so oft hin und her weil gedruckst na aber nach zwei sektoren nur vier zehntel langsamer als die pb heißt ich könnte wieder etwa eine sekunde zu Verstappen gut machen ja nicht ganz sieben acht zehntel wieder das sind ja jetzt auch etwa zehn runden das sind ja jetzt auch noch mal die pb das sind ja auch so oft hin und her das sind ja auch schon mal die pb woher ist der runde ist ja auch noch nicht in die pb aber nicht ist ja auch noch mal die pb Ich habe ja in der letzten Episode mal so ein bisschen drüber gesprochen, was entertaint genau in meinen Videos. Was glaube ich, ich habe dann von einem Mix gesprochen aus Entertainment, also Unterhaltung, aus Wissen, aber auch teilweise ein bisschen gucken, dass man sein Skillset als Fahrer nutzt, was hoffentlich nicht ganz so, ja, begrenzt sein sollte. Und ich glaube wir sind gerade quasi bei letzterem. Ich versuche jetzt halt nochmal Verstappen einzuholen. Wenn das klappt, wäre das halt wirklich geil. Box, 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 nee danke. 1,7,3, let's go. Ich spare sogar aktuell noch ein bisschen Sprit, ne. Müsste ein bisschen mehr Sprit verbrauchen. Bisschen leichter werden vor allem, bis wir Max erreicht haben. Acht Sekunden glatt nach hinten zu Bottas. Ist halt krass, wie wir den auf Abstand halten können. Also hier auf dem Red Bullring geht es eh primär um die Pace. Und klar, es gibt Leute, die haben jetzt auf Ultrasoft starten müssen. Die sind auf Soft gewechselt. Supersoft, Soft war glaube ich die gängigste Strategie jetzt hier. Ich habe natürlich dadurch, dass ich weichere Reifen habe, in Summe, ja. Weil ich Supersoft, Ultrasoft hatte, habe ich natürlich insgesamt dann reifentechnischen Unterschied gehabt, ja. Aber ich glaube nicht, dass es an dem liegt, dass ich da ein bisschen jetzt insgesamt mehr glänzen kann. Und ich glaube, ja, was ich jetzt sagen will, ist, es gibt jetzt nicht dieses klare Ding im Sinne von, es ist eine Zwei-Stop. Oder so. Hier ist quasi gerade jeder ungefähr auf einem Terrain unterwegs. Und wir waren ja auf den Supersofts ja schon enorm schnell. Und jetzt wollen wir mit den Ultrasofts hier gut auf. Und jetzt wollen wir mit den Ultrasofts hier gut auf. Hallo, kann es sein, dass es auf Startziel 2 DRS-Zone wird? Weil gerade ist es rechts unten kurz ausgeblinkt und dann wieder reingeblinkt. So, jetzt erstmal für einen Moment an Verstappen dranbleiben. Weiter nach vorne geht es halt nicht. Riccardo kriege ich nicht. Da bin ich mir zu 100% sicher. Aber ein bisschen die Ressourcen hier wieder auffrischen. Und dann können wir schön vorbeifahren an Max. Mal kurz auf den Reifenabrieb geschaut. Wir haben jetzt 11 Runden absolviert. 46%, also etwas mehr als 4% pro Runde. Bei 15 Runden hätten wir 5% frei. Bis wir an die 75 irgendwann heranreichen. Boah, Alter. Enge Kiste. Heidewitzka. Ja, Ziel sollte jetzt aber eh sein, dranbleiben und ERS sparen. Jetzt nicht irgendwie doofe Attacken machen, komische Linien beim Anbremsen nehmen. Muss mich da ein bisschen mal zusammenreißen. Das Ding ist aber, ich bin ja eigentlich jemand, der sehr oft auf den 6. Platz fährt in dieser Karriere. Wir haben schon 4x den 6. Platz geholt. Ich glaube jetzt in 8 Episoden. Eigentlich darf ich Verstappen nicht angreifen, aus der Perspektive heraus. Hm. Das Ding ist aber, ich bin ja eigentlich. 90% ERS. Ich bleib jetzt mal auf dem Fettgemisch. 90% ERS, let's go. Ab jetzt rufen wir mal erste Reserven auf. Gehen hier durch die letzten zwei Kurven. Sind dran. Vielleicht hier nochmal kurz warten. Let's go. Selbst nur in Untertitelform nervt mich Jeff gerade. Gehen hier durch. Just nur in Untertitelform virtuos. Und hier nochmal kurz. Ich glaube jetzt nicht nur in Untertitelform. Nichts ja. Danke. Ciao. Danke. 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 schönes auf startziel bringt ihm der ist nicht so unendlich viel wenn ich hier also schade wollte sagen wenn ich hier so 1,1 vorsprung habe weil in den letzten zwei kurven da bin ich im regelfall sehr viel schneller als die ki dann hätte ich durchaus hier den abstand auf über eine sekunde vergrößern können auf startziel aber no chance muss ein bisschen wieder ans verwalten weil verstappen wird dranbleiben ich kriege ihn nicht aus dem ds fenster raus oh mein gott das ist halt wirklich gerade das duel der giganten f1 22 fighten wir auch gerade gegeneinander da auch um die wm und auch gegen den mclaren tatsächlich da bin ich nicht in einem mclaren sondern fight gegen einen mclaren um den wm titel er hat jetzt ds aber ich habe auf der gegengraben ds boah boah 67 prozent 68 werden noch auf 70 hochkommen oh mein gott ich rutsche raus oh verstappen lässt sich da zurückfallen lässt sich da abreißen bäm boah alles gegeben am ende geiles ding das war ein richtig schönes rennen das hat spaß gemacht das hat richtig spaß gemacht das war so eins der rennen wo ich sagen würde das entertainment kam primär insbesondere dadurch dass ich irgendwann so ein bisschen getryhardt habe und ja das war gut reikönnen auf drei hamilton auf zwei und sebastian fettel gewinnt und fernander alonso mann 75 punkte sind vier punkte vor boah das zehn ne neun punkte vor verstappen 16 vor ricardo peres überholt bagdussen in der kwm haben wir 22 32 und 34 punkte vorsprung zu haas force india und renou und 45 punkte rückstand zu red bull werte damen herren leider wieder keine punkte bei fernando aber wir haben ganz gut gepunktet zehn pünktchen ging auf mein konto wenn euch diese episode gefallen hat lasst gerne auch noch oben gerne gerne abo nach ihr wisst schon ey ich bin komplett durch den wind, älter lasst gerne auch noch oben da abo raus und beim nächsten winter weißer bis zum nächsten peace ciao oh man ey ord rein